Ich habe gerade eben den Campingplatz verlassen. Na, jetzt schauen wir mal, ob ich es noch kann. Wir haben gerade eben den Campingplatz verlassen, gezahlt und jetzt sind wir wieder on the road. Ich freue mich. Ich auch, mega. Es war zwar eine herrliche Zeit auf dem Camping, ein Luxus mit heißer Dusche nach dem Surfen und so. Habe ich auch sehr genossen. Aber irgendwann denke ich mir so, okay, wir haben so einen Lagerkoller, oder nicht Lagerkoller, aber man will einfach wieder neue Sachen entdecken, an neuen Straßenzahlen. Ja, genau. Camping ist echt schön, wie du sagst, aber irgendwann kennt man es auch einfach. Man kennt seinen Platz und die Abläufe sind gleich. Und die Zeit geht super schnell. Ja, da geht halt der Zeit super schnell. Wir zeigen euch aber auch noch ein bisschen der Camping, würde ich sagen, weil ein Nachbarkamper hat einen Drohner dabei gehabt und hat mega Aufnahmen gemacht. Also das blenden wir jetzt mal kurz ein. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind schon wieder abfahrbereit, aber hier haben wir heute Nacht geschlafen, eigentlich ganz schön, neben unseren Eltern und direkt mit Blick, naja, nicht wirklich, stehen schon ein paar andere Camper davor, aber man sieht es, schönen Blick aufs Meer und wir haben echt eine ruhige Nacht verbracht, es war schön. Nein, jetzt geht es, Kate sitzt schon bereit, da sitzt sie, jetzt geht es, Kate, wo geht es hin? Oberhalb Cadiz, weiß nicht, wie es heißt, also ein bisschen der jetzt ist. Rota, habe ich gelesen. Rota? Ja, Rota heißt es. Waren wir beide noch gar nicht. Ne, und Freunde sagen, es ist eine schöne Ecke, die sind da und es gibt Welle und kein Wind. Kein Wind. Fliehende Wind aus dem zweiten Mal. Ja, das machen wir, also ab zum Glieden, noch was Sachen einkaufen, Toilette leeren und dann schauen wir uns das mal an. Schön, wieder was Neues. Ja, so es geht's. So, alle sind da vorweg. Jetzt sind wir wieder. Wir haben sich eine gute Heimreise gewünscht und wir haben jetzt eine lange Fahrt vor euch. Vor euch? Vor sich. Vor sich. Wenn ihr es seht, meine Eltern, vor euch. Ah, okay, hinter sich haben sie es dann, wenn die es sehen. Wenn ihr es seht jetzt, dann seid ihr schon wieder daheim, hoffentlich gut angekommen. Da gehe ich von aus. Und wir sind jetzt alleine. Ja, jetzt ist wieder Ruhe eingetreten für uns. Ja, nicht ganz zu zweit. Weil da stehen wir, so wie man sehen kann, ein neuer Platz. Ja. Und wir zeigen euch gleich mal den Strand. Es ist hier wunderschön und ich bin mal gespannt, was sich jetzt wieder mit sich bringt. Ja, ich auch. Es ist wieder schön, jetzt wieder Neues zu sehen, rumzureisen und... Ja, unser eigenes Ding machen. Und wir sind jetzt wieder mit anderen. Die haben wir auch in der Bretagne. Mit denen waren wir zwei Wochen in der Bretagne unterwegs, ganz am Anfang. Ja. Inga und Flo, die habt ihr da, Inga habt ihr da auch gesehen. Genau. Und wir stehen hier, wie gesagt, bei Rota. Und das ist irgendwie echt eine schöne Ecke. Also der Strand, wir waren gestern schon auf dem Wasser. Alleine, Strand ist sauschön, wunderbar. Und auch super Camper-freundlich. Man sieht es, so um uns rum, wir stehen auf dem Platz. Es steht voller, voller Camper. Und direkt da hinten ist auch eine Investition. Ja, also besser geht nicht. Wir stehen direkt an der Düne, geparkt. Strandübergang, können so auf den Strand und super entspannt einfach. Also schon echt, echt gemütlich. Also das Einzige, was fehlt, ist die warme Dusche, hätte ich mal gesagt. Die warme Dusche, ja. Das ist schon was, ne? Das ist lange her, dass wir wieder zusammen, zu zweit, am Tisch saßen, gefrühstückt. Gefrühstückt. So früh sind wir nicht wach, dass es noch dunkel ist beim Frühstück. Abends natürlich, Abendessen. Ja, es gibt Tomatsuppe von Mama noch. Also ein bisschen Mama ist noch mit dabei. Schmeckt sehr lecker. Kerze ist an. Auch mal wieder echt gemütlich. Auch wieder schön zu zweit, ne? Ja, herrlich. Achso, lass es dir schmecken. Du auch. Was natürlich jetzt sich auch wieder ändert nach dem Essen, ist das Abwaschen. Also man muss schon alles aufräumen direkt, weil sonst ist es ja echt schnell voll. Ja. Und Abwaschen ist auch jetzt wieder anstrengender. Wie gesagt, sonst hatten wir auf dem Campingplatz, da gab es einen ganz normalen Abwaschbereich mit warmem Wasser. Und dann war das kein Problem. Da konnte man einfach seine Wanne füllen, schön gemütlich abwaschen, warmes Wasser. Und jetzt haben wir wieder unser Mini-Welken. Aber eigentlich waren wir da irgendwie auch voll im Flow. Oder du vor allem. Du hattest voll dein Dings herausgefunden. Hier? Ja. Dein. Ja. Und dann ging es auch flott. Und meistens hatten wir dann auch weniger. Stimmt das? Nee. Ja, aber wir haben jetzt auch ein bisschen angesammelt, ne? Ja. Aber es gehört halt dazu und kleine Spielbäcke, große Spielbäcke, irgendwie wird es sauber. Ja, kaltes Wasser. Kaltes Wasser, ja. Na, jetzt schauen wir mal, ob ich es noch kann. Nicht, dass ich es jetzt verlernt habe, meine gute Technik. Ah, nee. Los geht's, oder? Los geht's, ja. Ja. Hey, Appas, gut gesagt. Ah, gestanden. Wie, gestanden? Ja, nee, gesessen, weißt du. Du standest nicht. Wir saßen beide. Und wie war es für dich wieder? Für mich ist es das Gleiche. Ich trocken. Und, ja, also, nicht ganz das Gleiche, weil man merkt deutlich, wenn es kein warmes Wasser gibt, kein heißes Wasser, dass das Zeug einfach echt viel nässer bleibt. Und deswegen, nach ein paar Sachen, ist der Handtuch schon echt nass. Ja. Also, es war anders. Aber trotzdem, alles trocken, sauber, aufgeräumt. Sehr gut. Der gemütliche Teil kann beginnen. Der fängt an und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Gute Nachtle. Gute Nachtle. Wie ihr sehen könnt, ich bin richtig warm eingepackt. Es ist noch morgens. Und es ist echt kalt. Die Nächte waren kalt. Aber wenn die Sonne rauskommt, ist es wieder herrlich. Hier hinter mir alles voll mit Camboon. Da stehen wir auch irgendwo dazwischen. Jetzt laufe ich mal am Strand und zeige euch den Strand. Es ist nämlich super schön hier. Und weil es noch so kalt ist, habe ich wieder hier Flip Flop Socken Style ausgepackt. Aber ja, die Socken gehen nachher auf jeden Fall wieder aus. Weil das sieht ja echt lustig aus. Und so sieht es hier vorne jetzt aus. Richtig schöner Strand. Da machen sie schon mal hier zum Angeln bereit. Genau. Und wenn wir in die Richtung gehen, hier um das Eck drum, wenn man da drum läuft, dann hat man einen Blick auf Cadiz. Riecht schön. Da sieht man die Brücke von Cadiz. Ja, kann man schön am Strand spazieren gehen. Und da seht ihr, wo es so ein bisschen weiß ist. Da sind Steine überall. Und da laufen Wellen. Jetzt heute ist nicht mehr wirklich viel. Die letzten Tage war da noch mehr. Dann konnte man hier richtig schön aus dem Wasser gehen. Es ist einfach immer schön, den Strand zu sehen. Jetzt laufe ich mal zurück. Zu Kai. Der hat gesagt, er macht Kaffee. Und dann schaue ich mal, ob der Kaffee schon fertig ist. Ah, ehrlich, die Sonne tut richtig gut. Und ist der Kaffee fertig? Ja, Wasser kocht fast. Ah, bin ich ein bisschen zu früh. Aber nicht lange. War ich nicht lang genug weg. Dann kriegen wir einen Kaffee. Ah, herrlich. Wie war die Nacht bei dir? Herrlich. Ruhige Nacht war es. Hast du dich schon wieder dran gewöhnt, ans Nicht-Camping-Leben, Camping-Platz-Leben? Ja, eigentlich schon. Ja. Also, das gefällt mir auch richtig gut. Das stimmt. Und was wir jetzt natürlich wieder beachten müssen, wenn wir stehen, weil wir haben ja die Boards nicht mehr einfach irgendwo liegen, dass wir die dann tagsüber so runter machen. Und hier haben wir die dann auf unseren Stöcken stehen, damit die Skibetür noch aufgeht. Und auf der anderen Seite hängen sie auch runter, dann kann die Sonne schön auf Solar scheinen. Und bei so sonnigen Tagen müsste das kein Problem sein, ne? Nee, geht's gut. Und wir fahren jetzt auch mehr, dann landen wir auch. Wir verbrauchen wenig, wir brauchen wenig. Leben ist cool. Einfach. Einfach. Das kann so einfach sein, ne? Ja, man muss es nur sehen. Kaffee fertig? Kaffee fertig. Ja, noch kurz ziehen lassen. Und dann trinken wir das schön in die Sonne. Und hier setzen wir uns dann eigentlich in den Vorgarten von jemand anderem, weil die schon Sonne haben. Ja, oh, das ist direkt gut. Das ist so ein Unterschied. Aber du passt nicht so zu dem Wohnmobil, muss ich sagen. Wir nicht? Nee. Ist noch zu früh dafür. Während wir auf unsere Wäsche warten, bis sie fertig ist. Das haben wir gerade reingemacht. Dauert eine halbe Stunde. Dachten wir, wir machen sonst den Bus gemütlich und arbeiten ein bisschen was. Ja. Ich in kurzer Hose, weil alle langen Hosen natürlich dreckig waren. Die sind in der Wäsche. Hast du noch eine Unterhose an? Weil du hast gemeint, all deine Unterhose sind dreckig. Nee, ich habe eine Bikinihose an. Ja, wenn alles dreckig ist, muss man sich fast vor der Waschmaschine nackt ausziehen und dann alles rein und warten. Ja, das wäre ein bisschen... Nicht so praktisch, ne? Nee, das machen wir nicht. Zum Glück hatten wir noch was. Ja. Ja, die Woche ging schon wieder schnell vorbei. Richtig schnell zu Ende. Ja, geht es euch auch so, dass die Wochen so schnell vorfliegen? Also bei uns gerade irgendwie schon schnell. Ja. Wobei jetzt erleben wir wieder viel Neues. Wir sind irgendwie alle zwei Tage an einem neuen Übernachtungsplatz. Ja. Und jetzt kommt es einem schon wieder echt länger vor. Ist schön. Macht mir Spaß wieder. Ja, macht mir auch echt wieder Spaß. Die Abwechslung. Abwechslung. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch auch. Ihr auch. Ihr auch. Gerne. Daumen hoch, wenn ihr dabei seid. Und ja. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, hätte ich gesagt. Genau. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tach, tach. Tui, tui.